Oldtimer-Tour führt am Wochenende rund um Landshut. Es ist das erste Automobil- und Motorradmuseum in Niederbayern. Das Oldtimer-Museum in Adelkofen. Eine wahre Schatztruhe für Fahrzeugliebhaber. Diesen Schatz zu verwahren ist jedoch keine leichte Aufgabe. Da steht noch einiges an Arbeit vor uns. Wir müssen da noch ein bisschen was restaurieren auch an den Autos. Pflege, Putzen, dann die Sonntagsöffnungen, die Rallye natürlich, die dieses Museum auch finanzieren soll. Ja, da steckt einiges an Arbeit dahinter. Im Museum stehen nicht nur einige der schönsten Fahrzeuge der Automobil- und Motorradgeschichte. Sie sollen auch auf die Straße gebracht werden. Deshalb findet am Wochenende die Oldtimer- und Klassiker-Tour rund um Landshut statt. Der Reiz soll sein, dass wir die Fahrzeugmenge auf 65 Teilnehmer beschränkt haben. Und wichtig ist für uns, dass wir 65 Fahrzeuge haben, die von der Historie her zusammenpassen. Und nicht zehn gleiche Fahrzeuge zum Beispiel mit dabei haben. Und da erlauben wir uns, uns halt ein bisschen daraus zu suchen, damit eben die Fahrzeuge besonders toll sind, die an den Start kommen.